Katzen sind faszinierende Tiere und gelten als beliebte Haustiere auf der ganzen Welt. Sie sind bekannt für ihre Anmut, ihre Unabhängigkeit und ihre Schönheit. Wenn es um das Thema Fortpflanzung geht, gibt es jedoch einige Aspekte, die nicht so angenehm sind, vor allem für die Katze. In diesem Video werde ich erklären, warum Katzen bei der Paarung Schmerzen haben. Zunächst einmal müssen wir verstehen, dass Katzen in der Wildnis als Einzelgänger leben. Sie haben keine natürliche Neigung zur Fortpflanzung, sondern folgen nur ihrem Instinkt, um ihre Gene weiterzugeben. Das bedeutet, dass sie normalerweise nicht versuchen werden, sich zu paaren, es sei denn, die Bedingungen sind ideal. In Gefangenschaft sieht die Sache jedoch anders aus. Wenn eine Katze in Gefangenschaft lebt, kann sie sich nicht so bewegen wie in der Wildnis. Das bedeutet, dass sie nicht in der Lage ist, ihren Partner so auszuwählen, wie sie es normalerweise tun würde. Oft wird dir einfach ein Partner zugewiesen oder sie wird mit einem Kater in einem Käfig gelassen. In solchen Situationen kann es vorkommen, dass der Kater die Katze bei der Paarung verletzt. Ein weiterer Faktor, der dazu beiträgt, dass Katzen bei der Paarung Schmerzen haben, ist die Physiologie der Tiere. Kater haben Widerhaken auf ihrem Glied. Diese Widerhaken sind dazu da, um die Paarung zu erleichtern, indem sie das Glied in dem Geschlechtsorgan der Katze festhalten. Dies kann für die Katze sehr schmerzhaft sein, besonders wenn der Kater beim Entfernen des Glieds nicht vorsichtig genug ist. Es gibt auch Fälle, in denen sich das Glied des Katers im weiblichen Geschlechtsorgan der Katze verhakt. Dies kann dazu führen, dass die Katze Schmerzen hat und möglicherweise sogar operiert werden muss, um das Glied des Katers zu entfernen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Katzen bei der Paarung Schmerzen haben, weil sie in Gefangenschaft leben und nicht in der Lage sind, ihren Partner auszuwählen. Darüber hinaus haben Kater Widerhaken auf ihren Gliedern, die dazu beitragen, die Paarung zu erleichtern, aber für die Katze sehr schmerzhaft sein können. Es ist wichtig, dass Katzenhalter sicherstellen, dass ihre Tiere unter den bestmöglichen Bedingungen leben und dass sie bei der Paarung sorgfältig beobachtet werden, um Verletzungen zu vermeiden. Im besten Fall und wirklich empfehlenswerten Fall sind aber sowieso beide Tiere kastriert. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, was eine Katze sofort unglücklich macht? Dann schaue dir das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls sehr freuen.